Sehr geehrte Olga, hier spricht Marco Wannenmacher aus Vördingen. Ich schenke dir diese Kassette zu Ostern, damit du dich immer an mich erinnern kannst und ich genauso für dich etwas Gutes getan habe. Olga, nun zeige ich dir ein bisschen von Vördingen. Fangen wir an in diese Richtung. Zum Beispiel hier, Olga, was haben wir hier? Ein Bauwerk der Jahrhundertgeschichte. Bitte lenken Sie drauf. Hier, Olga, es ist ein wunderschönes Haus, unvergleichlich genial gebaut. Das ist eben mein Meisterwerk der 20er Jahre. Äh, des 20. Jahrhunderts natürlich. Okay, also gehen wir rein. Dann hier, Olga, schau dir mal diese schöne Hecke an. Ganz feines Blatt, ganz feine Blätter. Wunderschön anzusehen und immer grün, auch im Winter wie im Sommer, immer grün. Evergrün. Jetzt mal einen kleinen Tanz. Ja, Jutsi! Das war Juri. Ohne, weitergehe. Entschuldigung, weitergehe. Folgen Sie mir bitte. Hier, was Sie lesen können. Friedenstraße, die Straße des Friedens. Viertags von 7 bis 18 Uhr, Fahrhalteverbot, beziehungsweise Parkverbot. Und was sehen wir hier? Ein weiteres Denkmal der Menschheitsgeschichte. Dieses Haus, die Dachziegel, feinstes Tonglas und hier die Stöcke. Also ein echter Augenschmaus, muss ich sagen. Wirklich. Wenn ich mir dieses Haus, dieses Auto da vorne anschaue, so fällt mir ein, ein entscheidender Werbeslogan ein. Ich meine, der Reiche, wer reichlich Privatfernsehen schaut, wo diesen Wabelspuck sowieso kennen. Nämlich hier. Entschuldigung. Äh, kommen Sie bitte. Ford, die tun was. So muss man das leider sagen. Okay, next round. Was haben wir hier? Ein etwas veralteter BMW. Aber das ist schon, wir sitzen nicht zu jubeln, wenn das Teil ein bisschen alt ist. Ist halt alt, ne? Scheiß-Träger halt. Wo ist denn der Zerbo? Ja, siehst du mich nicht mehr? Wohne bist du jetzt zur Seite? Da kommt ein Auto. Jetzt kannst du wieder kommen. Ohne, hier lang geht's. Kameramann, bitte hier. Hier, hier, da. Olga, ich weiß, dass du mich mal ohne Brille sehen möchtest. Das kann ich auch machen. Alles kein Problem. So sehe ich ohne aus, ne? Cool, man. Always cool. Ja, Vorsicht, aber cool, man. Oder wie geht das nochmal mal? Aber Vorsicht, ist cool, man. Okay, aus der Reihe. Liebe Olga, was du hier sehen kannst, das sind die Turme einer ganz bekannten und weltweit expandierenden Firma, nämlich der Wielandwerke AG. Hier siehst du diese großen Schlote, oder was das für ein Scheiß ist? Also ich weiß nicht. Wunderbar sieht das nicht mehr aus, ne? Sieht doch cool aus. Nein, okay. Darüber kann man sich streiten wahrscheinlich, ne? Aber ich denke, das ist ganz cool, wenn jetzt mal so dort steht. Und außerdem, Olga, du kommst sowieso nicht nach Vördingen. Höchstens, wir werden doch vielleicht mal befreundet sein. Oder liiert sogar. Aber das hat nur Zeit, Olga, okay? Auf jeden Fall, jetzt sollst du erst mal die ganze Scheiß-Umgebung hier ein bisschen angucken, ne? Was wir hier für einen schönen Wagen haben, natürlich auch wieder ein Ford, ne? Also auch wieder Ford, die tun was, ne? Die haben wir ihn in Rot. Guck, Olga, so seh ich hier aus. Wunderbar, ne? Olga-mäßig eben. Mulle. Ah, Olga, mein Name. Also mal Pause. Also, Munde. Also, Olga, jetzt sind wir wieder ein Stück weiter vorgelauchen. Jetzt haben wir hier noch ein wunderschönes Kunstwerk. Schauen Sie sich dieses hier an. Oder schau du dir das an, sag ich so. Hier dreistöckig. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock. Und dieses Haus ist, sag ich und schreibe, schon 123 Jahre alt, ja? Ob man es glaubt oder nicht, es ist schon 123 Jahre alt. Aber, Olga, das hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Jetzt gehen wir mal weiter, ne? Schauen wir uns dieses Kunstwerk der Natur an. Dieser Mini-Nadelbaum. Ist der nicht wunderschön? So schön wie du, Olga. Noch schöner bist du natürlich. Aber so schön wie du ist er auf jeden Fall. Also, kapiert, ja? Okay. Also, schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an. Dieser Strauch steht schon seit knapp 200 Jahren hier. Und er hat bis heute überlebt. Trotz der Umweltverschmutzung, trotz der Klimakatastrophen, trotz des Treibhausklimas. Er hat überlebt. Und er wird noch weitere 300 Jahre leben. Das schwöre ich Ihnen. Oder schwöre ich dir, Olga. Hier haben wir den Osterstrauch. Auch er ist wunderschön. So eine nette Blüte nehme ich mir mal. Siehst du, so eine schöne Blüte hat der. Wie Blümchen eben. Okay, weiter. All I want to do is fuck with you. Und jetzt mal dir ein paar Siegesposen vor. Zum Beispiel diese. Mi feiti. Oder diese. Oder diese. Ja, jutsi. Oder diese. Ja, da. Auch schöne Cafés haben wir hier in Föhringen nicht. Wie dieses Billardcafé Clou. Also, Föhringen bietet jede Menge. Es ist ja auch ein bekannter Föhringenverkehrsort, falls du, Olga, dies noch nicht wusstest. Ist das? Ja. Wie dieses Billardcafé Clou. Wie das ist. Und so weiter, Olga. Das Lied kennst du ja bereits schon. Und jetzt, Olga, präsentiere ich mich dir noch einmal ohne Brille. Siehst du, Olga, so sehe ich ohne Brille. Und so mit. So hast du mich ja schon die ganze Zeit gesehen. Aber Olga, wenn ich dir gefällt, dann gefällt ich dir so oder so. Das werden wir sehen. Okay. Stoppen Sie den Film bitte. Liebe Olga, jetzt möchte ich mich noch von dir verabschieden. Mein kleiner Film ist zu Ende. Ich hoffe, dir hat er gefallen und hat dir meine Persönlichkeit näher gebracht. Ich hoffe dies. Und hiermit sage ich, liebe Olga, bye bye.